Der hat gerade auf der Gegend gerannt. Das ist ein guter Pass, merkwürdig. Wie cool ist, das war ganz schön unschuldig. Du musst so 100€ pro Reifen rechnen. Echt? Ja, aber dafür halten sie auch ein halbes Jahr. Also in der Saison kommst du schon hin damit. Aber es fährt sich halt unglaublich gut damit. Das krasse was es noch mal für Unterschiede ist zu den neuen Jetsen. Ja, gut an you mate. Ich liebe dich. Hier geht's, bereit. Green, green, green. Wer liegt auf der Seite? Auf der Seite. Auf der Seite. Auf der Seite. Auf der Seite. Hi, Claire Hi. Ich hab gerade in gebraten. Es ist ein Auto in dir. Ich kann einfach nicht fahren. Ich kann einfach nicht fahren. Ihr Claire inside. Ja klar, ich bin vor mir. Ich hab Erfahrung mit Leuten umgebringen. Also ne. Ich fahr einfach ganz in, weil ich ein Racingfahrer bin. Und ich schieb den Schwarzen raus, denn ich bin ein Racing. Wow! Achtung neben dir ist jemand, na ja. Von dem hab ich gerade ultra profiziert. Ich hab beiden vorbei, da wohl. Ja, das tut mir jetzt wahrscheinlich schon auf. Woah! 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 Woah, Junge! Ich hab super rausgekommen aus der Kora. Ich hab einen KJB falsch rausgekommen aus der Kora. Okay JB, die nächste Fahrie ist Skroeta. Fahr Nummer 4. P6. 5.7 8.7 Scheiße, ah, wand, 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 uuuh Ha 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 Ich weiß halt nicht, ob das nur beim Kratzen zählt, dass wir das Lenkrad eigentlich Das ist hier Gut nennen das dann, Danny Ja, du ziehst das Lenkrad, du ziehst immer das Lenkrad eigentlich Wenn du nicht drücken, du musst kannst VW Polofahrer machen Das lap war 26.7 Ich bin sehr müdig hier Wo bist du? AAAAAAAA AAAAAAA JUNKE Was macht denn der? Was war das mit der Akzent von uns am Hintermann, Scheiße? Was kriegst du zurück? Jetzt, jetzt, wie ich amerikanische Rennenserie hinfülle AAAAAA, da ist doch noch jemand Car High That light was a clear high Den habe ich nicht gesehen, ich wollte einen anderen umbringen, den 3er The fuck is a kilometer Okay, ich habe jetzt schon zwei Leute, die so im Renten umgebracht haben Er muss aber relativ gut sein, der 3er, weil da wurde vor mir gedreht vorhin Ja, ja Er ist ziemlich gut, weil er einfach keine Bremse hat In der 5. Position, das war 27.1 Hilfe! Er ist abgeschossen Outside Ich habe dann doch mal gebremst You clear outside Wir inside, sagt das Border Ja, ja, ja Aha, look at this On the outside Side by side Hold your line You clear high Ah, da ist jemand, da ist jemand What the fuck Car high Clear high Car outside You're in the middle, 3 wide Sind wir reingefahren? No, das ist ja Ja Der Blutgib ist nahe aus der Box gekommen Das ist ein schönes Rennserstörer Das kommt schon wieder Ich sehe fast nicht mehr, aber habe ich dir meinen Dings Haha Da wird ein T-Ref hingelegt P-9 Das wäre jetzt ein bisschen schliessen Oh, der T-Ref anschliesslich Der erste ist nett Das war Lichttuber Das war Lichttuber Achtung, du hast jemanden nass Wie fliegt das Auto? Right, the guy ahead of us is Peace Car number 2 0 1 A-License Und der Rating ist 1.1 Der hat eine A-License in dem Scheiß Uh, what the fuck Der hat auch nur ein 1.000€ Rating Alright, JB You're halfway home Your fuel is fine You've just done a 26.7 Wenn es dir richtig krass zu nachher geht Ja, ich hab... Sorry Ich hab aufgelöst Oh The car ahead is Scroeta Car number 4 Haha, ich liebe wie crutchies dein Name ausspricht Wie denn? Your lap time was 37.0 Scroeta Scroeta Ey, das macht schon Spaß Seid wie über B, dass sie zurückfallen können Ja, ich wurde... Wie bitte, äh... Wie ist das? You've got a car high Aha Hold your line You're playing outside High That last lap was a 26.9 Car high Shhhh Shhhh Eclare high Elliott, car number 2 Is now in the lead Whoa, Junge Wow Whoa Whoa Elter Haha Eclare high Das war geil. Das ist auch nicht schnell. Nein, das war ein optimistisches Manöver, aber... Komm. Wir müssen jetzt wieder mit den Zapp reißen. Dann haben wir noch einen Rammel bekommen. Ich weiß nicht, irgendjemand war's. Ich meine, dort nicht. Irgendwie so ein Scheißding. Da hab ich gleich fast 2000er I-Rating. Okay, JB. J-0, A-License. Und der Rating ist 1.1. Und du kommst gleich nie schlechter als Zitterwärm, nachdem die drei Leute mitgefahren sind. Ich hab hier noch was gekommen. Ich hab hier noch was gekommen. Wir haben die Beans. Boah. Fing richtig gut. Ich geh wohl jeden. Nicht unter 6000 Umdrehungen des Autos fallen lassen, dann fähr zu ski. Allegan winds auf minut. Du willst einenackend fahren? Ich bin schon hinter den波ad, der dort irgendwie so... 2, 500 Runden machte. Ich hab mir da geWellet. Du bist gar kein Scheißger häss control! Natürlich Milch�어요! Das ist... attended... Es unit mich jetzt eher sahen. Red получилось, Clear, low 2 laps remaining Der Bump trafst mich, was macht er denn? Ich habe keinen Riff einfach in der Wand gesteckt Car, low, clear, low, car inside Hold your line Still there, inside clear One more lap to go, that lap was at, 27.3 Inside Clear, low Feuerwerk! Es war ein überrundeter, der hat gebumpdraftet und er hat mich als krumm gezogen Was denn, Alter, das läuft die Forderung Ja, hier, hier, hier Oh, Junge, war das cool Ich bin nicht rausgekommen V6, okay, it's over Eh, das war gut Das hat echt Spaß gemacht Ja, das war lustig Ja, das war lustig Ich gehe nach vorne ab Ja, das war lustig Ich gehe nach unten Vielen Dank.